Guten Tag meine Damen und Herren, es geht um Ihr Gehirn, Ihren Geist, Ihre Emotionen mit dem Molekül Dopamin vermittelt. Und was der Käsekuchen dabei soll, ich habe hier ein besonders schönes Exemplar nach dem Rezept meiner Mutter gestern selbst gebacken, das erkläre ich Ihnen. Die Studie, um die es geht, oder sagen wir mal die wichtigste, um die es heute geht, heißt Dopamin Receptors in addiction-like reward dysfunction and compulsive eating in obese rats. Das klingt gerade nicht so irgendwie, dass es besonders spannend wäre, aber es ist, wie ich Ihnen zeigen werde, sehr spannend. Und ich möchte Ihnen klar machen, wie wichtig solche Ergebnisse für unser Verständnis von Emotionen, für unser Selbstverständnis und sogar für praktische Handlungen sind. Was hat man hier gemacht? Nun zunächst mal zum Dopaminsystem, eine kleine Wiederholung, damit man weiß, worum es geht. Dopamin ist ein Stoff, der sitzt, wird hier ausgeschüttet von Zellen, die in der Aria A10 sitzen. Daneben sitzt auch die Aria A9 und die machen auch Dopamin, das braucht man für Bewegung. Wenn das nicht mehr klappt, hat man eine Parkinson'sche Krankheit. Die hier, die können auch Krankheiten machen, wenn sie zu viel oder zu wenig Dopamin ins Gehirn schicken. Aber normalerweise, wenn es gut läuft, dann schicken die Dopamin entweder direkt ins Gehirn oder dahin, und das ist der Nucleus Akkumbens, mit dem haben wir uns auch schon öfters beschäftigt. Wenn der dann angeht, haben wir erstens ein gutes Gefühl, also wenn es so etwas wie ein Glückszentrum gibt, da ist es. Und zweitens, und das ist eigentlich der Witz an dem Ding, wir lernen ganz schnell. Es ist also eher nicht unser Glückszentrum, es ist unser Lernturbo und mit dem wird ganz schnell gelernt. Nämlich was gut für uns ist, was interessant, wichtig und vor allem auch was gut für uns ist. Und so lernt das Gehirn eben manchmal ganz schnell und dafür haben wir ja Emotionen, dafür sind die besonders wichtig. Nun, man weiß mittlerweile durch Untersuchungen an Ratten, da kann man eine ganze Menge machen, zum Beispiel folgendes, dass die Aktivität von dem Ding, also die Schaltstation für positive Emotionen, wenn man es so will, dass die durch alles Mögliche angeregt werden kann. Und dann sieht man schon, Essen zum Beispiel, 50% hoch, Sex 100% hoch. Und alles, was Sie hier sehen, ist nicht mehr psychologisch, sondern pharmakologisch. Das sind Suchtstoffe. Alkohol macht das Ding an, Nikotin, Morphin, Kokain, Amphetamin. Die Kehrseite dieser Daten aus Rattenstudien ist natürlich folgende. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind amphetaminsüchtig, interessiert Sie alles psychologisch überhaupt nicht mehr. Und genau deswegen ist das auch so ein Problem, wenn man Menschen mit Sucht behandelt. Weil Lernprozesse, die man ja dafür braucht, um zu behandeln, man muss ja neue Verhaltensweisen einüben, neue Einstellungen lernen und so weiter. Genau diese Lernprozesse, die sind sozusagen nur noch durch ganz langsames Wiederholen möglich, durch schnelle, emotional getriggerte Erlebnisse geht das gar nicht mehr, weil die ja verblassen gegenüber dem, was der Suchtstoff macht. Also genau das, was man braucht, um umzulernen, geht nicht mehr richtig gut. Und genau deswegen ist die Therapie der Sucht so eine unglaublich schwierige und für die, die es machen, auch frustrierende, weil die Rückfallraten so unglaublich hoch sind. Jetzt geht es um Folgendes. Man hat einfach mal untersucht, wie ändert sich dieses System, das Dopaminsystem, wenn Ratten, und jetzt kommt der Käsekuchen ins Spiel, mal nicht mehr Rattenfutter essen, also so Körner und, naja, was die Ratten eigentlich normalerweise essen, sondern Käsekuchen. Nicht nur Käsekuchen, sondern Western-Style Cafeteria Diet, wie es so schön heißt. Also, was es so, ja, in der Cafeteria gibt, nämlich Würstchen, Käsekuchen, Schokolade und all das, Pommes frites natürlich, alles, was sozusagen nicht so ganz zum gesunden Essen zählt. Und wenn man Ratten dieses Futter gibt, das sieht man hier, Cafeteria, dann nehmen die zu. Und die Gewichtszunahme, wenn man das mit jungen Ratten macht, die roten Punkte sind die Gewichtszunahme, wenn die sozusagen den ganzen Tag nur Cafeteria-Futter bekommen, also genau genommen 23 Stunden am Tag. Wenn man ihnen eine Stunde am Tag dieses Essen gibt, dann nehmen die auch noch deutlich zu, das ist diese Kurve hier, und wenn die nur Rattenfutter bekommen, dann nehmen sie diese Kurve. Nebenbei, wenn sie eine Stunde am Tag dieses Essen bekommen, dann essen sie auch noch ein bisschen Rattenfutter für den Rest der Zeit, aber vor allem essen sie tatsächlich diesen Käsekuchen und ja, alles andere. Und man sieht eben hier, man nimmt zu, wenn man sich mit dieser Diät ernährt. Aber das ist noch nicht mal das Schlimmste. Schlimm ist Folgendes. Man kann die Aktivität des Nucleus Akumbens im Rattenversuch auf eine ganz interessante Weise sozusagen messen. Man kann also gucken, wie sensibel ist dieses System. Und das macht man wie vor. Da ist ein Tierchen und das hat einen Hebel und das kann den Hebel selber drücken. Und wenn es den Hebel drückt, dann wird sein eigener Nucleus Akumbens stimuliert. Mit dieser Anordnung hat man schon vor 60 Jahren überhaupt rausbekommen, wie das Glückszentrum da oben, wo es genau sitzt und was es macht. Aber später hat man diese Anordnung benutzt, um rauszukriegen, wie empfindlich ist das Ding. Also wie empfindlich ist der Nucleus Akumbens. Denn man kann hier den Strom einstellen, der bei jedem Tastendruck da oben im Gehirn das Ding stimuliert. Und wenn sozusagen der Nucleus Akumbens unempfindlich wird, dann braucht man mehr Strom. Und diesen Strom kann man messen. Man misst also mit so einer Anordnung die Empfindlichkeit des Belohnungssystems. Das ist ganz wichtig. Im Tierversuch. Und das tut man nun bei den Ratten, das waren ja lauter Gruppen von Ratten, die eben verschiedene Diäten hatten. Jetzt messen Sie dann im Laufe der Zeit die Empfindlichkeit des Belohnungssystems. Und was Sie sehen ist, dass man sozusagen, dass die Schwelle, also wann wird überhaupt, und so kann man das messen, wann fängt überhaupt an, dieser Strom da oben belohnend zu wirken. Man spricht eben von der Schwelle und dann kann man deren prozentuale Veränderung messen. Und Sie sehen, wenn die Tierchen Rattenfutter essen, da passiert nicht viel. Wenn Sie Cafeteria-Diät eine Stunde am Tag, da geht das ein bisschen hoch. Und wenn Sie den ganzen Tag Käseguchen, Würstchen, Schokolade und Fritten essen, dann wird die Belohnungsschwelle, die geht nach oben. Das heißt, das Belohnungszentrum wird unempfindlicher. Dauernde Belohnung macht eine Unempfindlichkeit des Belohnungszentrums. Das ist der wichtigste Befund in dieser Arbeit, 2011 im Frühjahr erschienen, aber so klar hatte das noch niemand gezeigt. Und es geht noch weiter. Man kann natürlich dann hergehen und kann gucken, was passiert denn im Vergleich mit Suchtstoffen. Und hier sehen Sie die Veränderung der Empfindlichkeit unseres Glücks- oder Belohnungszentrums bei Käsekuchen im Vergleich zu Heroin und Kokain. Und was Sie sehen ist, das dauert beim Käsekuchen ein bisschen länger. Bei Kokain geht es gleich hoch und bei Heroin geht es auch ziemlich stark hoch. Aber nach 40 Tagen sind Sie durchaus da oben, da wo Sie bei Heroin und Kokain auch sind. Und der wichtigste Befund, das ist der nächste. Wenn Sie jetzt den Suchtstoff oder den Käsekuchen weglassen, dann passiert das da. Bei Alkohol, Nikotin oder Kokain geht die Empfindlichkeit wieder runter und die Belohnungsschwelle verändert sich innerhalb von Tagen wieder auf normal. Beim Käsekuchen bleibt es oben und nach 14 Tagen ist es immer noch oben. Wir wissen nicht wann und ob es überhaupt wieder runter geht. Wahrscheinlich schon, aber es dauert viel länger. Die Gründe hierfür, dass die Suchtstoffe, das ist Pharmakologie, hier ändert sich sozusagen, hier ändert ein Pharmakon die Botenstoffe, die da übertragen werden und so weiter und so weiter. Wenn Sie sich anders ernähren, dann lernen Sie sozusagen belohnende Aspekte und dann sind es Lernprozesse. Und Lernprozesse, die gehen natürlich viel langsamer, aber sie sind natürlich, wenn Sie mal gelernt sind, auch viel schwieriger wieder zu verlernen und genau deswegen, schätzungsweise, das ist der plausibelste Grund, dauert das so lange und bleibt auf jeden Fall erstmal da oben. Was heißt denn das? Das ist eine ganz fiese Geschichte, denn letztlich heißt es folgendermaßen, Sie essen Cafeteria-Diät, dann passiert folgendes, Ihr Belohnungssystem geht runter, wird unempfindlicher und was müssen Sie essen ist etwas, das wissen wir auch, das ist etwas sehr Belohnendes. Und wenn jetzt der innere Belohnungseffekt des Essens runtergeht, was müssen Sie tun, damit Sie die gleiche Belohnung haben, die Sie früher hatten? Mehr essen. Dadurch, dass Sie mehr essen, wird aber Ihr Belohnungssystem noch unempfindlicher gegenüber dieser Belohnung und dann müssen Sie sozusagen noch mehr Käsekuchen essen und dadurch haben Sie wieder weniger Dopamin, dadurch weniger Belohnung, noch mehr Lust auf Käsekuchen, weil Sie brauchen ja noch mehr Käsekuchen, damit Sie überhaupt Ihr System stimulieren und so geht dieser Kreislauf immer weiter. Und wenn Sie einmal, und das ist das fiese, angefixt sind, das ist ja das Problem an den Zuchtstoffen, Sie sind einmal angefixt und dann kommen Sie da nicht mehr raus, weil Sie wollen dann eben bloß noch den Zuchtstoff und sonst gar nichts mehr, weil das ist das, was Sie interessiert. Und beim Käsekuchen ist es genauso. Problem. Es ist viel schlimmer, wieder den Effekt loszuwerden. Es ist ein richtiges, dickes Problem. Das war ein schöner freudscher Versprecher, ein dickes Problem. Apropos. Die Dickläubigkeit ist hierzulande mittlerweile das größte Gesundheitsproblem. Wir haben, und zwar von Kindern. Wir haben in Deutschland, früher hieß es Altersdiabetes und Juvenilediabetes. Heute heißen die Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Warum? Weil der jüngste Altersdiabetiker ist fünf Jahre alt. Und wir haben eine nahezu epidemieartige Zunahme von Altersdiabetes bei Kindern und Jugendlichen. Warum? Dieser Typ des Diabetes ist durch Übergewicht mitbedingt. Und dieses Übergewicht, das liegt eben vor, was Sie hier haben, das sind die Zahlen für Deutschland. Die Roten, das sind wirklich pathologisch übergewichtig. Die Orangen oben drauf, das ist Übergewicht. Und wir haben eben bei den 3- bis 6-Jährigen schon knapp 10% Übergewicht. Bei den 7- bis 10-Jährigen 15%, bei den 14- bis 17-Jährigen 17%. Das ist richtig viel. Nur die Amerikaner haben mehr. Die Engländer haben auch so viel, mittlerweile etwas weniger. Warum? Die haben an kindergerichtete Fernsehwerbung für ungesunde Nahrungsmittel verboten. Das haben die Südkorener auch gemacht, im Jahr 2007. Und in Schweden ist jegliche an kindergerichtete Werbung schon seit den 90er Jahren verboten. Machen wir uns nochmal klar. Es gibt Studien, die zeigen, wir haben hier darüber auch schon gesprochen, dass Fernsehkonsum dick macht. Es gibt eine große Studie aus den USA, die zeigt, dass es vor allem die Fernsehwerbung ist, die für diesen dickmachenden Effekt verantwortlich ist. Man kann ausrechnen, was Übergewicht in Deutschland an Gesundheitsschädlichkeit macht. Das sind etwa 140.000 Tote pro Jahr. Und man kennt den Anteil des fernsehbedingten Übergewichts und so kommt man auf 20.000 Tote pro Jahr. Durch die Fernsehwerbung. An kindergerichtete Fernsehwerbung bezieht sich zu 65% auf Nahrungsmittel und die sind alle ungesund. Es ist etwa eine Milliarde im Markt. Wir wissen, dass Grundschüler heute schon 200 Markennamen kennen und dass Dreijährige schon auf die Markennamen, die sie im Fernsehen sehen, im Supermarkt dann reagieren. All das wissen wir. Und wir wissen eben, dass es die Werbung ist, die den Effekt hat. Und wenn man den jetzt eben hochrechnet, dann kommt man auf den Effekt von 20.000 Toten pro Jahr, die wir in Zukunft haben durch die Fernsehwerbung, die wir heute hier in unserem Land haben. Aber nicht nur das, Sie können auch die übergewichtsbedingten Gesundheitskosten hochrechnen. Das sind pro Jahr etwa 70 Milliarden Daten aus dem Gesundheitsministerium. Und wenn Sie davon wieder den Anteil des werbungsbedingten Übergewichts nehmen, dann kommen Sie auf 15.000, Entschuldigung, auf 15 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind die Kosten, die unser Gesundheitssystem aufgebürdet bekommt durch die Fernsehwerbung für ungesunde Nahrungsmittel und das dadurch induzierte Suchtverhalten nach ungesundem Essen. Kinder können ja nichts dafür, dass wir sie anfixen in jungen Jahren. Aber wir müssen uns überlegen, ob wir die enormen Lasten, die unsere Gesellschaft dadurch zu ertragen hat, nochmal 20.000 Tote pro Jahr und 15 Milliarden Euro Gesundheitskosten pro Jahr. Und das sind nicht meine Zahlen. Die Zahlen kann man überall nachlesen und hochrechnen mit den vorhandenen Daten, die wir wissen. Ja, das ist eigentlich schlimm, dass wir das zulassen und dass sich niemand traut zu sagen, das wollen wir nicht, denn es gibt keinen Gewinn, der so viele Verluste, menschliche und finanzielle, rechtfertigt. Ich habe nichts gegen Käsekuchen und auch nichts gegen das Fernsehen. Beides sehen Sie ja heute hier. Sonntags ein Käsekuchen und gelegentlich Geist und Gehirn schauen ist definitiv kein Fehler. Kinder anzufixen, damit sie süchtig werden nach Stoffen, die ihr Leben verkürzen, ist ein Fehler und das sollten wir ändern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017